Hi! Finally, haben wir auf Railway Station gekriegt. Und Railway Station 4s gehen. Wir werden auf Railway Station 4s gehen. Finally, haben wir auf Railway Station 4s gehen. Wir sind auf Railway Station 3s gehen. Auch von Kalkarra zu Norden. Wir sind auf Railway Station 4s gehen. Wir sind auf Railway Station 4s gehen. Sie sind auf Indoor zu Parodra. Musik 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 Finally, wir sind aus Indor. Und das ist mein Baby Hinaya'n die erste Journey. Das ist Indor! Das ist Indor! Das ist die Tür! Ta-da! Wir sind jetzt in Wadodra. Wir sind jetzt hier und wir werden hier gehen. Für Nights Day. Wir werden morgen in Pali Dada gehen. Wir sind weg von Baudra und wir wollen hier von Baudi-Lakshmi. Wir gehen von Baudi-Diapuram und gehen direkt von Baudi-Lakshmi. Wir sind sehr viele Menschen hier. Wir sind hier in Kalash-Petten. Wir werden hier in Baudi-Lakshmi lunch. Hier ist der Baudi-Lakshmi. Wir werden hier in Kalash-Petten. Wir werden hier in Baudi-Lakshmi lunchen. Wir werden hier in Kalash-Petten. Wir waren hier in Kalash-Petten. Wir sind hier in Kalash-Petten. Das ist alles gut, ihr habt euch geholfen, ihr habt euch geholfen, ihr habt euch geholfen. Das ist ein Mandir-Rakshmi-Mandir, jetzt müssen wir uns das machen. Jetzt sind wir hier aus Madi-Nakshmi. Ich kann euch hier nicht sehen, weil die Fotos und Videos zu sehen sind. Aber ihr könnt euch auch hier sehen, dass ihr hier in die Nähe von Madi-Nakshmi. Jetzt sind wir hier aus Madi-Nakshmi. Wir sind hier aus Madi-Nakshmi. Was wäre hier? We are just in Madi-Nakshmi. Wir sind hier von Madi-Nakshmi-Nakshmi. Wir sind hier in Madi-Nakshmi. Wir werden hier aus Madi-Nakshmi-Nakshmi. Wir sind die Kn passieren. Die Fahrer sind zur Universität an der Dirne nach deklar. Wir werden jetzt in Madi-Nakshmi. Jetzt werden wir in der Flügel kommen. Was? Meine Freunde sind in Palitana gekommen. Wir sind hier in Anschala geblieben. Wir sind seit 6 Uhr von Palitana gegangen. Ich kann euch nicht mehr sehen, weil die Fotografie und Videos geholfen sind. Aber das ist auch sehr gut. Es ist so schön und schön und schönes Mandir. Ich kann euch natürlich auch noch mal visitieren. Ein weiterer Punkt. Wenn ihr Pali-Dana ist, wenn ihr Pali-Dana geht, dann geht es um 60 km an. So, wenn ihr extra Zeit habt, dann geht es um 60 Kilometer zu kommen, weil ihr wieder auf 60 Kilometer gehen könnt. So, wenn ihr Zeit habt, dann geht es weiter. So, wenn ihr Zeit habt, dann geht es weiter. See you tomorrow. Bye-bye.